Selekt eure Lieblingsmodelle. Lass uns das machen. Zeit für einen Mutator. Ja, dann wähl doch mal was. Gesolzenwandler würdest du haben. Oh Gott. Das ist doch mal wieder ein Spiel, das ich total beherrsche. Ah! Ah, wo bin ich überhaupt? Ähm. Bin ich überhaupt noch im Spiel? Weiß eh nicht. W-wilds? Ähm. Ja, gut. Dann hab ich... Scheiß. Wir sind kein Team. Ready? Go. Ja, wir kommen hier für richtig preis. Ey, was sollst du machen? Hä? Komm. Komm. Ja, da ist so richtig ranzukommen, ne? Das Spiel ist doch geschoben. Yellow wins. Ich trage den Gut halt mit Stil. Speedrun. Oh Gott, Speedrun ist ja ein Spiel, das ich total beherrsche. No. Das hatten wir doch alle verkackt beim letzten Mal. Ja, wo bin ich? Ja. Ähm. Das Ding ist, man muss das ja wirklich bis zum Ende schaffen. Nobody wins. Wieso seid ihr Team Blau? Ich hab keine Ahnung. Ready? Go. Ah. Wieso sind wir Team Blau? Aha. Wieso sind wir noch mal stellen? Kann man das nur noch rumspielen? Ich weiß halt nicht. In der Runde bestimmt. Der Team Blau ist halt einfach gut. Ready? Go. Ah. Ah. Was? Und naja, so gut ist Team Blau dann auch nicht. Wir sind so scheiße, dass wir selbst den Team verlieren. Nein. Kannst du einen Teil einfach machen? Ah. Team Blau ist einfach so richtig kacke. Colourcreens. Ready? Go. Ey, das ist doch jetzt... Ey, okay, das ist echt unfair. Ach, ach, ach. Ach, ach. Das, das Spiel ist ja irgendwie ein bisschen geschoben. Habe ich das Gefühl. Und trotzdem verlieren wir. Nein, ich kippe. Oh, mach das alleine. Ach, gar nicht. Die ganze Zeit. Ja, Team Blau ist halt mal wieder. Na, Esel. Jetzt darfst du. Oh Gott. Ich? Nein? Das war nicht mir! Ja, das habe ich dann auch bemerkt. Was machst du? Du läufst einfach nicht rein. Ah. Wieso krieg ich die Bombe wieder? Nein! Nice. Ah, danke. Ja, ich bin so richtig weit gekommen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Team Blau hat gewonnen. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Ich weiß auch nicht, wieso wir in einem Team sind. Ja, genau. Ja, gut, dass wir da alle nicht rankommen. Nein! Nein! Nicht der! Nein! Ihr seid so schlecht. Team Blau hat nicht gewonnen. Das ist ja nicht weit im Team. Ja, wir sind ja einfach so inkompetent. Ich bin auch alleine, die ich übermerke. Was machst du? Ja, so viel dazu. Jetzt bist du alleine. Ich muss alleine kämpfen. Hm, ich reine Bananas. Ja, mit was? Go! Hä? Nee, ich vergiss nicht. Nein! Green wins. nicht der der weint ja der denkt sich auch oh gott nicht ich wenn ich auf k sein willst dann bleibt stehen ja 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 wow unser unfaires team gewinnt ja keine ahnung dass da wieso einfach wieder er hat das eingestellt dass ich habe damit doch bestimmt nichts zu tun da hatte man doch nicht es ist schon sehr unfair hat ja kein doppelsprung ja ich komme nicht hoch flattern kannst du du kannst mehrere kleine sprünge machen ja das hat mir sehr geholfen einig wird noch unentschieden aber wie das wird es aussehen dass die anderen rüberkommen ich meine der in der mittelte hat der schwarze aber echt ja wow jetzt kommen wir nicht weg sehr gut ja ist fürs team einfach lächerlich ja boomerang sind scheiße habe ich eben auch festgestellt ja der bot ist doch der bot schiebt doch hier sagt das team das ist doch total fair mit dem team ja ok bot nein Yellow wins Speedrun Ich liebe Speedrun Speedrun Ready Go Der ist doch 5 4 Yellow wins Ja dafür haben wir dich ja Zeit für einen Mutator Achso Hat Cheese Ready Go Ja Achso Hä Ok So kann man auch gewinnen So Flisore Floor Ready Go Äh Kann man überlegen oder was Ja das ist doch ne Aufgabe Wow Also ich hab's geschafft Weil der viel zu hoch springt ey Bomb Tag Oh Gott Ah Nein 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 Wenn man vorne ist ist es mehr langsamer Ja 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 Was Na Ähm Ja Das ist eine gute Frage Das ist eine gute Frage Ja Wie oft kommt denn noch dieses Level Hey man haben wir 30 Ähm ich hab nichts gesagt Es ist so verwirrend net Die KI die schummelt doch Kennt das Level doch auswendig Und trotzdem scheiterst du noch Was ist jetzt noch nicht mein Ziel gewesen Ich fühl mich verarscht 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 5 4 5 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 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 10 10 10 5 4 3 1 1 1 1 1 1 du wirst echt so richtig krass richtig krass ich weiß aber auch nicht wieso das so zustande kam dass wir im team spielen das hat doch gewürgt Ooooooooh! Alter. Das wäre schon verdient, wenn ihr das verdiert. Ja! Er gewinnt. Ach, ich bin close. Was? Time to commit Sudoku? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Start. Yellow wins. Speedrun. Speedrun. Ready. Wie oft kommt denn noch Speedrun? Ja. Nein. Ja. Das ist echt lächerlich. Das sag ich sogar. Ich. Ready. Go. Ich. Warte. Das ist ein... Das ist ein... Ich. Ja. Ich. Ja. Gut. Ähm. Komm jetzt nochmal... Was? Ich dachte, jetzt kommt nochmal hier Speedrun. Sersi! Du, Leute, ich komme jetzt falsch. Du bist du. Du bist du. Ja! Ja! Das war total schwer. Hab der echt toll gemacht. Hab der echt toll gemacht. Der hat es so richtig schwer, ne? Ja, also das ist ein Beispiel bei ohne Teams. Ich weiß noch nicht, wieso die da waren. Ich, ja, ich distanziere mich davon. Schau mal, ob der kriegt meine Lobby. Ja, die muss natürlich voll hier geriggt sein. Was? Was kriege ich hier? Gewöhnlicher Charakter. Psyboy freigeschaltet. Juhu. Oh, Mann. Ja, gut. Dann war es das hier von dieser sehr fairen Runde. Tschüss. Tschüss.